Wir haben ein Copytron. Wie sieht es denn aus mit dem Foto? Der Foto Apparilla? Apparillo? Nutze? Waaas? Wir hatten noch einen ganzen Film in der Kamera. Was ist für ein Foto jetzt hier? Der ist nur Film in der... Ich glaube es hackt. Verdammt. Eine Druckerpresse. Schön. Chuck Edmund. Das wollte ich noch lesen. Chuck Edmund gewinnt eine Million im Quickie-Pay-Lotto mit seiner besonderen Glückszahl 50. Ob das wichtig werden könnte? Lenore Edmund, Trunkenheit am Steuer. Die haben wir schon kennengelernt. Schreit, wisst ihr wer ich bin bei Verhaftung? Kleine Uhre. Okkultes Orakel. Madame Morena warnt die Bevölkerung vor einem purpurigen Meteoreinschlag. Juhu! Achja. Baby Krokodile entkommen Pet Emporium. Ist die Kanalisation ihr neues Zuhause? Oh oh. Kryptozoologe verwechselt Klempner mit einer Wehrtaube. Anzeige erstattet. Was? Hausmeister als Lochner des Jahres. Doug Braverman gräbt sich zum Erfolg. Ich weiß nicht was ein Lochner ist. Surreal... Ne. Surrealistischer Filmemacher Hannibal Finch. Prüft Thimbleweed Park als Drehort für Film. Ob das passieren wird? Den Rest haben wir glaube ich schon gelesen, ne? UFO Enthusiasten. Moment. Stürmen die Stadt nach Tentakelsichtungen. Ah, alles klar. Mandat im Hitchin Post. So, hier. Fünf Cent. Oh. Oh. Ich würde gerne. Ich frag dich mal nach. Kann ich, kann ich die fragen ob ich vielleicht eine Kopie davon mache? Ja. Ah ja hier. Warum kann ich nicht? Ich bin ein FEDERAL agent. Okay, das sind eigentlich zwei Fragen. Erstens. Ein FEDERAL agent ist nicht so, dass du in eine FEDERAL agent kannst kannst. Ein FEDERAL agent nicht so, dass du in einen FEDERAL agent kannst kannst. Wir haben eine kleine Sache, die Fourth Amendment. Und zweit. Das ist ein Priceless Original. Wenn du willst ein FEDERAL, check die Quickie, Pal. Kann ich, als ein Privat citizen, bitte, haben dein FEDERAL? Nein. Es ist ein Priceless Original. Mist. Ah ja, übrigens. Okay, tschau. Okay, das hat sich so angehört, als wären da mehrere Möglichkeiten. Warte. Please don't mess with the police scanner. I'm waiting for a call about a man on the road and a possible car accident. Schade. Ist immer das gleiche. Okay. Ich würde gern... Wieso kann ich kein Foto davon machen? Das verstehe ich nicht. Ein Foto von der Karte und dann einfach auf den Kopierer legen und groß kopieren. Das muss doch gehen. Das muss doch drin sein. Laserdisc Chalet. Oh, Laserdiscs. Ja, hab ich... hab ich so gehört. Laserdiscs waren auf jeden Fall... Das war wie CD's nur doppelt so groß. Das war quasi wie... wie so... ne... CD LP kann man sagen. Wen haben wir denn da? Den Portemonnaie? Wen haben wir denn da? Den Portemonnaie? Hm. Hmhm. Hm. 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 Hm hm. Der Premium-Bit-Cardboard-Real-Estate ist die schönste Teil des sewers. Ich hatte fast keine Gator-Attacken, und es gibt sogar eine Grate-Ventilation, so meine Sewer-Lung ist noch besser als immer. Ohhhhhhh. Ahem. Was ist das in deinem Pocken? Es sieht aus wie ein Wallet. Ich habe keine Wallet. Ich bin ein Bum. Hm. Mhm. Du wirklich willst in diesem Spiel spielen? Haha, vielleicht bin ich einfach glücklich zu sehen. Es sieht aus wie etwas mit Blut auf es. Das ist nicht Blut, sondern riefer. Mhm. Eine riefer, wie das von Trestle Trail, wo der Körper gefunden wurde. Na, um, ich kann es dir nicht geben. Wo würde ich meine Geld nehmen? Ich bin nicht interessiert. See? Es ist nicht so easy, ist es, Hotshot? Hm. Ich habe genug. Ich bin ein FEDERAL agent. Hande über die blöde Wallet. Ich bin ein Bum, aber ich weiß meine Rights, und du brauchen eine Warnung. Die gibt aber schnell auf. Okay, wir brauchen also eine Ransom-the-Clown Portemonnaie. Hm. Tell me what you know about a guy named Chuck. Ah, the man was an Ass, and I'm glad he died of a heart attack. He ruined my life over nothing. Hm. Das ist doch nicht der Bruder, oder? Ja. How did Chuck ruin your life? Mr. Edmund made sure I was blacklisted in Thimbleweed Park. My so called friends turned their backs on me. My watch repair business mysteriously burnt down, and I lost everything. Couldn't get dinner reservations, let alone a job. In the end, all I had left in my old life was my beloved Stradivaries. Und die ist wahrscheinlich in der Kanalisation. Chuck must have had a reason to ruin you. I took his girlfriend out to see that lame insult clown one night. But in my defense, Chuck changed girlfriends more often than he changed shirts. Well, how was I supposed to know, she was flavor of the month for the Pelotronics Playboy? Hm. We'll talk later. Don't leave town. Where would I go? Buy me a drink? Fill to the brim with smelly trash. Okay. Post Office, da haben wir auch noch nicht drin. Aber den jungen Mann da hinten kennen wir. Grumpy Gamer. Rede mit Postangestellter, das können wir ruhig machen. Excuse me. Be with you in a second. Okay. I'm in the middle of sorting. How can I help? Uh, yeah. I'm a federal agent. Know anything about the body out by the bridge? You're a federal agent? I work for Uncle Sam too. As one government agent to another, I'll do what I can to assist. Hm, das aber nett. Do you know anything about the body out by the bridge? No, everyone in town is still collecting their mail as usual. No one from my route is missing and I would definitely notice if they were. I mean, not to brag, but I did consider joining the feds. It's just not as prestigious or as challenging as postal work. Ahem, ja. Why is there so much mail to sort when the town seems deserted? That's classified information. As a federal agent you should know, it's my duty to uphold the privacy and the sanctity of the mail. So, unless it pertains to an investigation and you have all the necessary paperwork, I can't help you. Natürlich. Who is all this mail addressed to? I can't tell you. It would be a federal crime. I would assume you knew that, being a federal employee and all. Or is this some sort of sting to catch crooked mail clerks? Because I keep things ship shape here in the Thimbleweed branch, so there's no need to worry about us here. Okay. No any good postal jokes? Oh, you bet I do. Why are postal workers such great comedians? Ähm. They have a special delivery, huh? Ha! Hahaha! Get it? Ugh. That's terrible. Okay. Noch ein Postbappenwitz, komm. Tell me a good postal joke. What did the mailman say to the customer who asked if he could ship a donkey in the mail? Ähm, äh... Vor allen Dingen, ich stell mir das echt schwer vor, du musst ja dann Postbeamtenwitze, wenn das Spiel lokalisierst, wenn das Spiel auf Deutsch übersetzt, musst du ja quasi die ganze Zeit eigene Postbeamtenwitze erfinden, weil die Englischen, du kannst die Englischen ja nicht übersetzen, das geht ja einfach nicht, übrigens hier Ed Edison, ich weiß, das geht ja einfach nicht. Okay, den kommt mal übersetzen, am liebsten Urlaub, ähm... Ja, ich, äh, tschüss. Natürlich. Natürlich. So, Maildrop, kann man nicht machen, hier sind noch Kisten. Schade. Okay. Paketwaren. Okay, also dürfen wir die nutzen, oder? Okay. Vielleicht später, wenn wir es brauchen. Achso, einmal hier ein Staubkorn. Und ich glaube, da drin habe ich noch eins gesehen gerade. Da, in dem Staubkorn. Wie viele haben wir denn schon? Staubkörner! Toll. Ich weiß immer noch nicht genau, wofür wir die Staubkörner brauchen, ich habe keine Ahnung. Was ist das? Es ist sicherlich... Ach, okkulte Bücher, alles klar. Ich wollte gerade sagen, es ist sicherlich gesund. Ja, dann, äh, ja. Licht geht automatisch an. Die Zukunft wird nie geschrieben. Ah, sieh an, wer da ist. Oh nein. Watt, watt, watt. Book for Dummies. Beginner's Guide to Ujaches. Brief History of Slime. Alta. 50 Shades of Octarine. 50 Shades of Shades. 50 Shades of Transparency. 50 Shades of Voodoo. 50 Shrouds of Grey. 50 Slightly Riffen Shades of Darkness. 50 Spells with Clay. 50 Tricks for your Hellhound. 50 Useful Unexpected Juices. 50 Shades of Ghosts. 50 Shades of Elaine Marley. 50 Shades of Dismay. 50 Shades of Crow of Black. Oh, was war das hier? Was? Gehe zu? How to Hex. Mist, kann ich gerade nicht übersetzen. Kann mir das jemand übersetzen? Was steht denn da? Würde ich gerne wissen. Don't touch the books unless you know what you want. Ja, ja, ich will wissen, was das heißt. 404 Book not found. Verfluchte Leiter. Was? 20 Richness Spells by 50 Cent. Okay, was? Grock in Voodoo. 101, 123, 123, 123. Okay. Ja, Bücher haben auf jeden Fall ne Menge. Okay, pass auf. Ich speicher eben ganz kurz und dann mach ich mal ganz kurz ne Aufnahmepause, weil es ist schon spät. Und heute war ein sehr, sehr langer Tag. So, deswegen einmal kurz speichern. Das hier unten bleibt noch, wenn wir die Anrufe machen. Ich speichere mal hier oben gerade. Verfluchte Puppe. Ich schau mal, ich will weiterspielen. Aber ich muss wirklich, wirklich schlafen gehen. Ich muss vernünftig sein. Und deswegen viel, vielen Dank fürs Zuschauen. Viel, vielen Dank fürs Dabeisein. Äh, ich vermute mal, diese Folge hier erscheint inzwischen schon auf dem Retro-Channel. Ganz, ganz lieben Dank, dass du hier schaust gerade, weil der Retro-Channel ja ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde in letzter Zeit. Das tut mir leid. Ich hoffe, da geht's bald mal ein bisschen aktiver weiter. Wir müssen auch Kickstarter weitermachen. Jetzt aber erstmal, viel, vielen Dank fürs Zuschauen. Und, äh, bis zur nächsten Aufnahme. Grüß mit Zukunfts-Gronkh. Ciao mit V. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zurück in einer neuen Aufnahme von Thimbleweed Park. So, und, äh, ich muss zuallererst, muss ich sagen, es ist eine Schande. Es ist manchmal eine Schande. Wenn man, ne, also im Nachhinein, wenn man im Nachhinein die Aufnahme schneidet und sieht in den Bildern viel, viel mehr. Der Kühlschrank. Wie konnte ich den Kühlschrank in der Mansion Mansion nicht erkennen? Das, war das nicht der Original-Kühlschrank von Manic Mansion? War das nicht der? Mit genau dem gleichen Inhalt, den wir da mitgenommen haben. Gut, den haben wir hier natürlich nicht mehr. Ähm, man sieht so viele Sachen, die man im Spiel selber nicht sieht, weil man konzentriert es natürlich auf Quatschen, weil man konzentriert es auf die Rätsel und so weiter. Aber es gibt so viel mehr zu sehen, was man dann erst im Nachhinein sieht. Also, bitte nicht denken, man ist dumm oder dämlich. Man kann nicht immer alles auf einmal sehen. Aber es ist wirklich, äh, es ist wirklich ein Unterschied, ob ich jetzt, äh, selber spiele und dabei moderiere, ähm, oder ob ich das einfach dann hinterher nochmal anschaue. Da sieht man noch viel, viel mehr. Und das Problem ist, ich will das aber alles auch im Let's Play haben. Verfluchter Umhang. Das sieht rattig aus, ein rattiger Umhang. Oh Mann! Und das verstehe ich, das ist bestimmt auch wieder ein Easter Egg und das verstehe ich nicht. Mann! Bestimmt irgendwas, woran ich jetzt wieder nicht denke. Wo ich dann irgendwann später vielleicht, ah, was, ach so. Gut, aber das, bei dem Umhang ist jetzt nicht so. No way, I'm touching that. Okay, auf den Kopf. This head seems almost alive. I think I saw it move. Ich wünschte die Frau, die Madame Morena, würde einfach vor so einem Kessel sitzen und dann puff in so einer Wolke erscheinen. In so einer grünen. Als Hinweis. So, verfluchte Theke. Hier ist einfach alles verflucht. Verfluchte Leiter. Es ist auf kurseten Räume. Nein! Oh Gott, wie konntest du nur? Warte mal, eine Sache. Dark Arts. Warte, warte, warte. Hier, Guide to White Magic for Racists. Don't touch the books, unless you know what you want. Also, Entschuldigung, ich wollte gerade, ich wollte gerade mal gucken, was da so vorhanden ist im Spiel. Ob da irgendwas in der Richtung im Spiel ist. So, 7, 4000, 101 und 10. Und 100. Und, ach so, 1001. Und 2, 1. Und 19, 87. Das ist noch, hier sind Überzahlen. Das wird doch bestimmt noch irgendwelche Konsequenzen haben. Chefskelion. Oh, ein Chat mit Chefskelion. Das ist ja von Monkey Island 2. Don't touch the books, unless you know what you want. Ja, verfluchte Theke, oh Gott. Hm, it's a package of tea. Kirstie, Kirstie. Okay, verfluchte Theke. Creepy. Ansonsten, Madame Morena. Welcome to the Thimbleweed Park Occult Bookstore. I'm Madame Morena. Are you here for the Hexes, the summer blowout sale, or, or based on those suits you're wearing, my tax records? I don't get too many visits from suited and booted federal agents these days. I'm Agent Ray. If you've got nothing to hide, you've got nothing to fear. Wow. For now. Wow. Well, alright then. How can I help? Ich hoffe, die verflucht uns nicht. Wir fragen mal ein bisschen aus. Do you know anything about the body by the river? I know everything that goes on around here. Okay, so spill it. Okay, so I don't know everything right this minute. But if you're willing to get your hands a little dirty, I can find the answers you're looking for. Hmm. What do you need to help us find the killer? I'm not afraid to get my hands dirty. I need to go on a vision quest to find the answer. But I can't really reach out into the void without a little bit of assistance. If you can get me an agaricus fungus visionum delectamentum mushroom from the sewers, I might be able to help. I'm pretty sure that's a controlled substance. And your point is... Okay, ich weiß, wie man in die Kanalisation kommt. Da waren wir nämlich schon mal in der Preview, wenn ich mich recht entsinne. Man muss dafür etwas unschönes machen, aber gut. What is this place? It's the county's primary source of occult books, knowledge and services. You need hexes, curses, curals or curios? You come to me. Okay, I get the idea. You need voodoo, hoodoo, fortunes or flimflams? You come to me. Enough. I get it. Jeez. You need cough drops or coffee filters? Yeah, you go to the quickie pal. Can you really hex people? I sure can, no matter what the consumer watchdog service says. Might not always come out exactly as you want, but spirits work in mysterious ways. So if you have any complaints, stick it up with them. Did you hex that idiot clown, Ransom? I'm very proud of that curse. He was being a jerk and he needed a little beat down with the karma bat. Remind me never to piss you off. What's your deal? There's not much to tell. I set up my shop in Thimbleweed after finessing my craft on the road for many years. After all, there's only so many nights you can vomit peyote and pull cactus needles out of your ass in the desert before it becomes old news. How did you get into this voodoo crap? I suppose when I realized I could get baked and make money doing it. That wasn't the answer I was expecting. I don't know what to tell you dear. I like tripping balls. And with the money I rake in from my curses, I'm gonna retire on a yacht in the Bahamas. I suddenly feel like I picked the wrong profession. Ja, kann ich verstehen. Why did you open in this crap hole town? The vibrations. This town has a dark and weird energy which makes it perfect for a cult business. Do you mean an energy, like the signals I've been hearing about? No, no, no. Those signals sparking through the air lately are something else altogether. I don't know what they mean, but I know it isn't good. Also gibt es wirklich diese Signale und wir haben plötzlich überall diese komischen Röhren, die auftauchen und so weiter. Also ich glaube, da geht von der Kissenfabrik etwas ganz großes vor. Eine riesige Verschwörung. Goodbye. Und ich meine größer als Chemtrails oder dieser ganze Affenzirkus. So. Hier. Verfluchte Tür. Warte. Es ist eine Tür. Nein. Oh Gott. Das Schild ist aber nicht verflucht. Und dann sind sie ihre Flügel. Und dann sind sie ein unter. Und dann sind sie in die Dose.